Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Phantom Doctrine. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist, hier in diesem Agenten-Swiller. Und ja, wir sind jetzt schon mittlerweile in Kapitel 6. Und wir haben folgenden Auftrag. Untersuche Wendehalts-Akten auf das militärische Weltraumprogramm der Sowjets. Führe weitere Einsätze durch, bis Omikron seine Jagd nach Sog vollendet hat. Ja, wir sind natürlich dabei. Schauen wir nochmal auf die Karte, ob wir weitere Einsätze starten können. Wir gehen mal los, wir lassen mal laufen. Gucken, was passiert. Aha, Versteck von Wendehalts. Folgen. Die im Versteck von Wendehalts gefundenen Dokumente enthalten Missionsdetails und Informationen über das militärische Weltraumprogramm der Sowjetunion. Sowjetische Militärwissenschaftler Igor Ustinov, Deckname Polius, der eine Informationsquelle über das Weltraumprogramm sein könnte. Zweitens. Potenzial für einen erfolgreichen Datenauszug über das Leonidas-Programm im Wendehaltsakte erwähnt. Aha. Sehr schön. Information, Piszczek sammeln, Sondermission. Das wäre die hier. Oh, Blaupause, Säurewolke. Sehr geil. Werkstatt, sehr gut. Piszczek, Sondermission. Es macht mal die vier hier. Die machen das mal. Dann haben wir hier hinten irgendwas. Da sollten wir mal einen hinschicken. Zum erkunden. Gucken, was passiert. Dazu müssen wir da ein bisschen warten. Persönliche Geschichte. Wir haben den Ex-Mann von Wolke lokalisiert und in eins unserer Verstecke gebracht. Er scheint schon ein langer Alkoholiker zu sein und hat mehrere Aussagen gemacht, die sich alle widersprechen. Äh, Tau 500 verhört, bis er effektiv ist. Wir machen es mit dem MK-Ultra. Gucken wir mal, ob er da MK-Ultra, ob er den da haben. Da ist es dann Wolter. Da ist es dann Wolter. Und dann die. Creed. Wolke. Wodka. Wir haben alle Namen, ey. Wir haben 40 Leute können wir nehmen. Das ist Hammer. Äh, Labor, Justiz-Zahn. Vermittelt. Der Gegenstand, äh, verfügbar, Schrein, Creed, Nachruf, Deadpan. Können wir den nochmal pushen? Äh, THG. Okay, Fumeterol. THG. Da geht nochmal die Atemwege hoch. Aber die Bewegungsreichweite. Aber egal, wir machen es mal. Schaden tut es nicht. Dann gucken wir mal, Fernmeldeeinrichtung. Wolter. 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 Äh, volle Pulle. Felcher Stube. Äh, Nachruf. Ja, komm. Wir packen euch alle mal rein. Krankenstation sieht gut aus. Werkstatt. Ähm, was haben wir denn hier? Säurewolke haben wir noch gar nichts. Dann die. Da brauchen wir noch ein paar Sachen. Da müssen wir ein bisschen was, äh, in die Pushen kommen. Crew Quartiere anheuern. Sechs Leute könnten wir holen. Odios. AGB, den holen wir uns. Durch die Erfüllung unserer Ziele konnten wir an wichtige Informationen gelangen. Sehr geil. Schauen wir mal. Braunauge. Äh, lyrische Musikkassetten. Kubihof. Jaja, Schreibtisch. Mixtapes. Alles klar. Was ist der hier? Kubitschew. Der Krater, die üblichen Utopie, Widerstand, Freibeute. Ja, sind noch nicht so viele Infos. Was haben wir hier? Transkript, Täter, Krater. Okay, der Krater. Das ist das, ähm, die üblichen. Da haben wir auch noch eine Verbindung. 6 von 18. Fenders Dossier. Wie geht's hier aus? Keine neuen Infos. MK Ultra. Haben wir auch noch gar nichts Neues. Das ist echt übel. Hier ist auch noch nichts. So viel Zeugs. Aber wir haben noch nicht alles, ähm, äh, Schwanhals. Nur nicht alle Sachen aufdecken können. Geisel, Freitag, Bewerber, Weichensteller. Alter Falter, ey. So viel Zeugs. Valhallas Vorschlag. Hier sind wir auch noch nicht weiter. Wie gesagt, wir sammeln fleißig Dinger. Äh, Piszcheck sammeln. Sondermission. Da sind wir da dran. Crew Quartiere. Oh, neue Fähigkeiten. Äh, Wiedergänger. Komm. Fiegel, Fiegel sehen. Na, mach mal. Ein bisschen Training kann nicht schaden. Wir könnten die alle jetzt weiter hochpushen, aber Polius ist verfügbar. Wollen wir den nicht verhören in dem, äh, MK-Ultra? Polius. Verhör. Alles klar. Den verhören wir erstmal. Schauen wir, was weiter passiert. Als wir uns die Kontaktdaten von Vogel ansahen, entdeckten wir mehrere geheime Konten in der Schweiz. Wir stellten fest, dass das Geld von einer Beholder-Tochterfirma stammte. Wir sind so gut wie sicher, endlich Sog gefunden zu haben. Oh, Vogel könnte das sein. Ja, ich bin gespannt. So, Deppern ist fertig. Sehr gut. Sehr gut. Munition. Persönliche Geschichte. Der Mann von Wolke brach unter unseren fortgeschrittenen Verhörmethoden schnell zusammen. Er gab zu, die Geschichte erfunden zu haben, was Rache, aus Rache, weil sie keine Alimente zahlte. Wir sind jetzt sicher, dass Wolke nicht Sog ist. Wir sollten entscheiden, was wir mit dem Mann machen. Äh, wir löschen das mal. Wir sind gnädig. Okay. Interpol. Hier unten ist potenzieller Rekrutwüste. Okay. Hier hinten ist wieder was. Welts. Noch eine persönliche Geschichte. Wow. Alarm. Das Versteck, in dem wir die kranke Samurai isoliert hatten, wurde überfallen. Die Patientin wird vermisst. Es gibt keine sichtbaren Anzeichen für einen Kampf oder Angriff. Entweder waren es Insider oder absolute Profis. Äh, wie machen wir das hier? Das ist ja übel. Mexiko ist eine verdächtige Aktion. Ja, sehr gut. Test weiter. Sehr schön. Hier ist auch wieder was. In Dublin. Was ist denn hier los? Ich kann hier aber gerade keine. Senden wir einen Agenten. Gucken, was er machen kann. Nochmal eine persönliche Geschichte. Wir gaben dem Ehemann Amnesie hervorrufende Drogen. Die MK-Ultra-Prozedur muss ihren Tribut gefordert haben, da er in einem katatonischen Zustand endete. Wir haben ihn anonym in eine Klinik eingeliefert. Wolke wurde von ihrer Täuschungsmission zurückgerufen. Okay. Ähm, ja, komm. Sehr gut. Okay. Die haben wir abgelenkt. Wodka. Okay. Okay, der ist dabei. In Ordnung. Du bist dran. Lass ihn mal laufen. Fortfahren. 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 Bei Ruderzelle aufgedeckt in Wien. Okay. Kommandozentrale der Verschwörungszentrum der Beruhung verändert Einkommen minus 30. Infiltrieren. Zelle observieren. Taktische Aufklärung. Helion. Die beiden machen das. Fortschritt der Agenten voran. Taktische Aufklärung. Okay. Wir machen das mal. Neue Information. Sehr gut. Endlich. Was haben wir denn da? Hauptvögel, Kämpfern, Sternwarte, 72er. Das ist alles so offensichtlich. Hauptvögel. Das haben wir da oben. 72er-Regel. Das habe ich da auch schon irgendwo gelesen gehabt. Aber es ist immer noch nicht gut genug. Die Sternwarte. Sternwarte ist da hinten. Unglaublich. Fender war es nicht. MK-Ultra kommen wir auch nicht voran. Lobbygruppen. Hier haben wir was Neues. Lehrer, Langmesser, Foxtrot. Lehrer. Okay. Was ist das? Mehr ist es nicht. Die üblichen Schwanenhals. Aber hier ist noch was Neues. Hürtes, Außenbezirke, Hof, Decade Pictures. Aha. Wir holen es. Genden auftreten. Genden auftreten. Genden auftreten. Genden auftreten. Genden auftreten. Genden auftreten. Okay. Sterling. Alles klar. Wir haben so viel Zeugs hier. Sterling. Decade Pictures. Wiederholer. So komplex jetzt mittlerweile schon. Sterling. Sterling haben wir doch hier hinten. Die Decade Pictures. Das ist so übel. Hürte, Wiederholer. Ansonsten. Ja. Das ist noch nicht durch. Die ganze Nummer. Okay. Weiter geht es. Oh. Talent Waffenkundler. Fenders Dossier. Roxy. Etc. PP. Neue Infos sind immer gut. Während ich diese ganzen Akten hier lösen. Robertberg. Lieferketten. Nein. Immer nichts. Das ist auch nicht. Großen Welle. Okay. Großen Welle. Große Welle. Quelle. Wolfgang. Wagemutigen. Patriot. Hobaltberg. Das passt. Große Welle. Passt. Brunnen. Die Quelle. Das passt nicht weiter. Fenders Dossier. Nein. MK Ultra. Endlich mal einer. Schlangenauge. Havanna. Okay. Ansonsten. Nix. Auch nix. Aber hier ist noch was. Die braunen. Die Echsen. Das Origami. Das Cabrio. Meine Gott. Ähm. Die Echsen. Soviel Zeugs. Du weißt bald gar nicht mehr, was die alles miteinander machen sollst. Das Origami. Hurricane. Kalamari. Auswanderer. Geiger. Das Cabrio. Drogenkops. Es fehlt noch irgendwie was. Noch können wir das nicht lösen. Schade. Aber wir arbeiten da dran. So. Datenschutz. Datenauszug. Plättsteck. Unsere Agenten haben die Archive vor Ort gründlich besucht. Sie sammelten eine Menge vielversprechende Material, das zum Abgleich mit den Informationen aus Wende als Akte dienen kann. Sehr gut. Leonidas Reisegute. Sehr gut. Endlich geht's mal voran. So. Das. Ich muss mal ein bisschen sortieren hier. Freibäuter Verkäufer. Schlangenauge. Leonidas. Beholder. Gold. Nachtwache. Bahnhof. Okay. Bahnhof. Nachtwache. Schlangenauge. Bösen Worte. Der Brunnen. Okay. Haben wir hier noch was? Mr. Reagan. Almanach. Wolfgang. Stadtpark. Der Almanach. Wolfgang sehe ich jetzt hier auch nicht. Und der Stadtpark, den sehe ich auch nicht. Braunauge. Braunauge habe ich doch schon gesehen hier. Braunauge. Braunauge. Da. Braunauge. Der Brunnen. Den haben wir auch schon gesehen. Er ist da. Maverick. Ne. Der wäre mir aufgefallen. Antenne. Da ist was. Antenne. 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 Ne. Antenne haben wir noch nicht. Muse. Zweimat. Nachbarn. Mein Gott. Also entweder sind das alles wirklich... Zweimat. Das muss entschlüsselt werden. Leszek. Prediger. Palisade. Okay. Antenne. Antenne. Habe ich doch auch schon gesehen hier. Topie. Stadtpark. Antenne hatte ich doch schon gesehen gehabt. Da. Ich wollte wirklich gerne mal langsam was lösen. Also langsam nimmst du nämlich diese ganzen Dinger hier überhand. Juppi. Erschen. Abwind. Verkäufer. Schlangenauge. Schlangenauge ist da oben. Verkäufer ist da. Der Abwind. Prediger sehe ich noch nicht. Hier ist nix weiter. MK-Ultra sind wir durch. Hier ist auch Schlangenauge. Lobby-Gruppen. Hier ist auch noch nix. Ja. Und ansonsten warten wir halt auf... ...neue Dinger. Wobei, jetzt haben wir was. RAF. Oh, die RAF. Staatskern. Aha. Es tut sich was. Sehr gut. Revolver. Patriot. Drogenkopf. Crusade. Wohlinge. Kuba. Äh. Irgendwie fehlt immer noch was, habe ich das Gefühl. Ah, das ist wirklich der Patriot. Die Echsen. Der Patriot. 18 von 19. Es fehlt noch was. Freunde, es fehlt immer noch was. Was ist denn hier eigentlich los? Hier sind wir... ...keine Agenten in Reichweite. Ich habe doch extra Leute hingeschickt. Persönliche Geschichte. Wir haben wegen Samurai oder ungewöhnlichen Abläufen oder Ereignissen während ihres Verschwindens herumgefragt. Die Gangster enthüllten, dass ein Beholder-Agent gut für unsere Sicherheitsdetails bezahlte. Wir haben genug Informationen, um Samurai zu lokalisieren. Okay. Okay. Gegnerischen Agenten folgen. Ein Team schicken, um Agenten zu befreien. Das wäre denn die unten, ne? Karpfen. Mach das mal. Okay. Schiene. MK-Ultra und Leonidas Reiserouten. Sehr gut. Okay. MK-Ultra. Stasi. Das wird jetzt ja richtig krass hier. Okay. Dann haben wir das Reiseroute. Oh, jetzt haben wir richtige Infos. So, die Wasserung. Stadtpark Alma nach. Oh, man. 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 Oh, man.